Hallo und Willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ja Leute, also wie man hier so sieht, bin ich hier auf S11 und zwar bei der 100 Alu Challenge BG41S0, bin eben noch zweiter Platz, aber es gibt ein großes Aber. Da habe ich nicht gewusst, ob ich zuerst ein kurzes Video machen sollte, aber dann doch nicht. Ich habe das Sammleralbum gefunden, ohne zu blättern. Yes! Ohne zu blättern, genau, hier war es. Und hier, wer Krieger oder Mager ist, einfach bei mir vorbeischauen. Ich habe hier Top-Tränke für euch, ganz billig, nur 2 Gold und 85 Silber, für euch 3 Gold, billiger Preis. Nicht Spaß, äh, selber im Laden habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Oh, der wäre eigentlich ganz nice. Den kaufe ich mir jetzt auch. Und Taverne, letzte Quest und, yes! Sammleralbum auf 5%. Ich kann aber den Gegner angreifen. Greife ich den Gegner? 5, 6, 2, 8, 4 an. Ich schaue mal von unten, wer sein ganzes Inventar voll hat. Yes! Und, da und 5,53, jetzt schon 6%, also wenn ich hier bei eine Quest hergehe, bekomme ich 4% Gehlenbonus plus 6% Sammlerbonus. Das ist natürlich schon ein Vorteil, äh, zu meinem, zu meinem Gegner, denn der hat wahrscheinlich 0 Pilze. Und noch kein Sammleralbum, wie man hier oben sieht. Er hat eine 10-minütige Quest heute versammelt, hat er mir geschrieben. Oder irgendwo im Chat hier mal. Egal. Auf jeden Fall habe ich noch keinen Dungeon. Er hat, glaube ich, schon 2 eher und ich könnte eigentlich den jetzt mal probieren, wenn ich schon wieder kann. Ne, leider nicht. Also ich probiere immer, aber irgendwie bin ich so schwach, dass ich den nicht schaffe. Naja, egal. Ich werde das jetzt mal so verskillen. Und da gehe ich auf ca. 5 von 70, äh, okay, geht sich nicht aus, aber, naja, Startwache rein. Und, ja, was will ich jetzt noch großartig sagen? Wenn ich jetzt die zwei Danschengegner besiege, dann werde ich ungefähr hier sein. Also nur ein kleiner Rückstand. Und, ich habe natürlich schon das Sammleralbum und starte gleich morgen mit 6% mehr. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns bei einem weiteren Video. Euer LP Freerider 16. Ciao.